Mama, was machen wir heute? Heute fahren wir mit unserem Auto durch den Serengeti-Park. Was ist der Serengeti-Park? Das ist ein toller Safari-Park für Groß und Klein. Lasst euch überraschen! Wir fahren durch mehrere einzelne Tierwelten durch und ein Freizeitpark gehört auch noch dazu. Cool, das wird bestimmt lustig! Leider müssen wir uns wegen Corona an einige Regeln halten. Wir dürfen die Tiere nicht streicheln, auch wenn sie ganz dicht ans Auto kommen. Oh, okay! Vergesst nicht, das Safari-Radio auf 92,8 anzuschalten. Jetzt fahren wir durch Europa. Mal sehen, was hier so los ist. Mal sehen, was hier so los ist. Das sind ja die Bremer Stadtmusikanten. Bis dann! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Cool, jetzt geht's nach Afrika. Bis zum nächsten Mal. Hier seht ihr übrigens den Safari-Bus, falls ihr nicht mit dem eigenen Auto durch den Park fahren möchtet. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, sind die Giraffen riesig! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war die Fahrt durch den Chia-Pap. Jetzt geht's zum Vergnügungstab. Juhu! Dort werden die übrigens automatisch hingeführt. Hier könnt ihr sogar mit Enten schwimmen. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier kann man sogar auf Elefanten fliegen. Jetzt sind wir gestärkt für die Dressing-Safari. Hier dürfen Kinder bis zwölf Jahre spielen. Ah cool, da sind die Zellen los. Da übernachten wir später. 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 Das Riesenrad ist toll. Von hier oben habt ihr einen schönen Ausblick. Das war's noch schon vom Freisidepark. Nun fahren wir zu unserer Zeltlodge. Wie es uns dort gefallen hat, seht ihr in einem anderen Video von Serengeti Park. In der Zeit, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.